Im Animationsspass Sherlock Gnomes steht der gleichnamige Meisterdetektiv vor einem neuen Fall. Überall in London verschwinden spurlos Gartenzwerge. Und das ausgerechnet, als das Zwergliebespaar Gnomeo und Julia endlich einen neuen Garten gefunden haben. Wie schon Teil 1. Überraschend witzig, auch für ein erwachsenes Publikum. Wir müssen undercover mit hin. Mir nach. Zwei Hubser nach vorne. Und stopp. Ich sagte stopp. Tut mir leid, ich war noch nie der Popo von einem Eichhörnchen. Wir wurden entdeckt.